hallo zusammen meine lieben freunde das ist meine erste episode von meinem ersten podcast diesen habe ich tomen drum cast genannt und ich hoffe ihr freut euch dass ich mich endlich habe hinreißen lassen genau dies zu tun denn ich habe zahlreiche anfragen bekommen ob ich nicht mal wieder videos machen könnte wo ich auch sachen bespreche meine eigene meinung kultur sachen kritisiere ob ich nicht mal mein eigenes setup erklären kann wie ich im studio arbeite welche schlagzeugfälle ich benutze welche drumsticks welche fußmaschinen ich spiele was ich empfehlen würde welche technik welche übungssachen es gibt sogar so viele dinge die ihr von mir erfahren wollt und deswegen habe ich gedacht okay dass ich mich doch tatsächlich von euch mal hinreißen auch mal so ein podcast zu machen wenn er euch nicht gefällt ihr könnt immer unten in die kommentare schreiben und sagen thomen gibts auf du bist kein podcaster mach das ding wieder zu und wir wollen von dir nie wieder was hören trommel einfach nur ich hoffe nicht dass sowas kommt denn bis jetzt und dafür möchte ich euch auch erst mal von ganzem herzen danken habt ihr mir immer also wirklich zu 99 prozent positive kommentare unter meine drum play throughs und drum cover geschrieben und dafür liebe ich euch wirklich von ganzem herzen das ist einfach unglaublich ich habe manchmal gedacht ich träume und konnte selber manchmal nicht mehr glauben dass immer nur positive reaktionen kommen und ja und das zeigt mir einfach dass ich anscheinend doch irgendwas richtig in meinem leben gemacht habe was euch gefällt und sei es nun mit Blind Guardian zusammen oder als Einzelkünstler, es ist uninteressant, ihr scheint mir ja irgendwie die Treue geschworen zu haben und mich immer weiter zu nicht verfolgen, oh, ihr verfolgt mich, nein, ihr scheint mir ja immer weiter zu folgen auf meinen Kanälen, Social Media Plattforms und dafür bin ich euch sehr dankbar. Das finde ich sehr nett und ist eigentlich nicht gang und gäbe, dass ein Drummer, der zum Beispiel wie ich seit fast 20 Jahren aus seiner Hauptband, wo er am längsten gespielt hat, raus ist, immer noch solche Mengen an Fans hat, die ihm immer noch irgendwie die Treue schwören und dafür bin ich halt wirklich sehr, sehr dankbar. Vielen Dank dafür und macht schön weiter so. Ja, und ich wollte euch trotzdem nur sagen, hier in diesem Podcast, ich mache das alles aus Spaß und aus Spaß an der Freude, ja, weil ihr da Spaß dran habt, hoffentlich, wie ich zumindest bei meinen Drum-Videos sehe und bei meinen Drum-Play-Through's, also, ja, was da das Gleiche ist. Und ihr seht ja schon, hier ist schon der erste Verhaspler, ja, wo ich mich verspreche oder irgendwas doppelt gemoppelt rede. Ich mache das übrigens auch in Deutsch, weil es einfach leichter über die Lippen geht, ja, als Muttersprachler in Deutsch. Und dafür habe ich für die Leute aus dem Ausland halt unten englische Untertitel drunter gesetzt und ich hoffe, dass euch das reicht. Ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür. Wenn ich das hier alles in Englisch erzählen müsste, ich glaube, dann müsste ich das Video wahrscheinlich alle drei Minuten neu starten, ja. Und so werde ich auch, wenn ich in Deutsch rede jetzt, nicht hier an jeder Ecke irgendwo einen Schnitt setzen, weil ich sehe das hier nicht als professionelle Arbeit, ja, wo ich sage, das muss top erst rein sein, sondern ich mache das wirklich für euch als Freunde, als Fans, als Metalheads, ja, die einfach darauf stehen, hier mal ein paar Infos zu bekommen. Und das möchte ich euch einfach in keinster Weise vorenthalten, aber bitte verzeiht mir dann, wenn ich hier mal, vielleicht auch mal einen blöden Schnitt drin habe, wo ich sage, ja, komm, hier muss ich wirklich mal schneiden, weil es zu extrem ist, ja. Und ansonsten bleibt halt auch mal ein Versprecher drin, ja, oder eine falsche Wortwahl, wo ich mich korrigiere. Also so genau wollen wir es hier hoffentlich nicht nehmen. Und ich weiß, dass ihr da, glaube ich, kulant genug seid, das so hinzunehmen. Und also lasst uns einfach anfangen. Ja, und vielen Dank noch mal für die vielen Anfragen, mal wieder gesprochene Videos aufzunehmen. Das gefällt mir sehr gut. Und jetzt kommen wir mal zu einem Thema, das mich schon sehr lange berührt. Ich dachte, das wäre vielleicht ein gutes Thema, um die erste Episode mal ans Laufen zu bringen. Lars Ulrich. Lars Ulrich ist für mich einer der gigantischsten Drummer, die da draußen überhaupt rumlaufen. Dieser Bursche hat einfach Metal-Geschichte geschrieben. Er ist ein mega geiler Drummer, ein mega kreativer Drummer. In seinem heutigen Alter, ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, um die 60 müsste er irgendwo sein. Also da ziehe ich bei mir oder da ziehe ich vor mir selbst den Hut, wenn ich mit 60 immer noch so eine Leistung ablege wie er. Und daher wollte ich das Thema jetzt auch mal ansprechen. Ich habe so massenhaft, wie soll ich das sagen, so massenhaft gelesen, gesehen, gehört, dass Lars Ulrich komplett niedergemacht wird als schlechter Drammer. Ach, Metallica könnte so eine geile Band sein, wenn nicht der blöde Lars Ulrich da drin wäre und sich alle 5 Sekunden verspielen würde. Leute, erstens muss ich sagen, ich finde das an den Haaren herbeigezogen. Ich glaube, die ganze Sache kommt woanders her. Ich glaube, die meisten Leute, die das machen, diese Lars-Hater, wie das ja so schön in der Öffentlichkeit genannt wird, die haben nur ein Problem damit, als er damals Napster verklagt hat. Und ich glaube, das sind am meisten die Leute, die wahrscheinlich am geilsten fanden, dass sie Musik einfach kostenlos so runterladen können. Und er hat versucht, was dagegen zu unternehmen. Aber nicht, weil er es finanziell nötig hatte. Das hatte er gewiss nicht. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, und auch nicht, weil er die Nase nicht oder, wie sagt man so schön, ja, der konnte nicht genug kriegen. Er konnte nicht genug kriegen, er muss immer mehr haben. Nein, auch das, glaube ich, ist nicht der Grund, sondern ich glaube, er wusste genau, dass er ein Level hat, einen Berühmtheitsstatus, der einfach die Möglichkeit bietet, gegen so eine Größe wie Napster anzugehen, gerichtlich. Und kleine Bands hätten diese Möglichkeit gar nicht. Die könnten das niemals gewinnen. Und daher, glaube ich, hat er sich einfach nur für uns Musiker global eingesetzt. Weil er wusste, die Reise geht gerade in die komplett falsche Richtung hier. Internetmäßig und hat versucht, da irgendwo mal so ein kleines Veto einzulegen und zu sagen, Leute, so kann es nicht weitergehen. weil dann werden wir hier bald keine Bands mehr haben, wenn das so weitergeht, die sich irgendwie über Wasser halten können finanziell. Und dann werden wir keine Live-Konzerte mehr haben, außer von den ganz großen wie Metallica. Die können es sich nämlich erlauben, aber die anderen nicht. Und jetzt fragt euch zweimal oder dreimal, warum sollte Lars Ulrich das für sich alleine tun? Er hätte das nicht nötig. Absolut nicht. Metallica komplett hätten es nicht nötig. Ich weiß nicht, die haben so viele Platin-Alben, wir haben alleine mit dem schwarzen Album gemacht, das ist schon nicht mehr menschlich. Und da soll mir keiner erzählen, das haben die gemacht, weil die geldgeil sind. Ganz bestimmt nicht. Sondern er wollte wirklich ein Exempel statuieren und sagen, so, jetzt ist hier Feierabend mit diesen freien Downloads, das kann doch nicht sein, dass wir hier künstlerische es gut irgendwie an den Tag bringen und ihr meint einfach, ihr könntet es euch so kostenlos runterladen und dann aber am besten noch beim nächsten Konzert stehen, wenn die kleinen Bands, die nämlich gerade so von ihren Einnahmen vielleicht dann mal leben können oder als Musiker nur noch einen Nebenjob machen müssen vielleicht, damit sie irgendwie irgendwann mal von der Musik komplett leben können, was ja so oder so in den seltensten Fällen so ist, aber selbst die seltenen Fälle werden damit weggekickt und die würde es nicht mehr geben und irgendwann steht man dann nur noch in kleinen Hallen vor 15 Leuten, weil keiner mehr Geld bezahlen will dafür die Band auch nichts geiles mehr bieten kann, weil sie nämlich gar nicht das Geld haben, eine geile Bühnenshow zu machen, ein geiles Banner da hinten hinzuhängen, vielleicht ein paar coole Bassdrum Fälle, eine geile Lichtshow, Nebel, Pyro, das alles ist nicht mehr da, Leute, in dem Moment, wenn die Leute kein Geld mehr für Musik bezahlen und meinen, es wäre ein freies Gut und mittlerweile sind wir leider schon fast an dem Punkt, dass man es genau so sehen muss. Es ist die Reise genau dahin gegangen, wo Lars Ulrich sie nicht haben wollte und dafür, ja gut, ich kann verstehen, dass die Leute, die für Musik bezahlen müssten und es aber nicht wollen, natürlich ihn dann hassen, wenn er das tut. Ich kann nur sagen, als Musiker und ich bin nicht geldgeil, sondern ich finde, man muss einfach nur von der Musik leben können, wenn man eine Band hat. Dann kann man auch vernünftig arbeiten, kann vernünftige Shows bieten, kann vernünftige Alben aufnehmen. Ihr müsst euch mal den Teufelskreislauf vorstellen. Die Plattenfirmen wollen ja auch kein Geld mehr raustun, in dem Moment, wo die Band eigentlich nicht groß genug ist und nicht genug Erfolge feiert. Und eine Band ist nicht groß, wenn sie, ich sage jetzt mal, nur über Streaming oder über Social-Media-Plattforms wie Facebook irgendwie ein paar Likes hat, ein paar Follower, dann ist eine Band nicht groß. Heutzutage wird das zwar als Stars abgefeiert, aber diese Band verdient damit so gut wie kein Geld. Ich meine, da schaffen wir gerade hier mal die Problematik ein bisschen ab. Ich arbeite ja auch für eine Streaming-App, da komme ich aber in einem separaten Podcast demnächst mal zu, weil Peter Mock ist mein Vorgesetzter, ist mein Chef, ist auch der Gitarrist von Mentalist und der Gründer von Mentalist und Alex Landenburg von Syrah und Camelot. Mega-Drammer, beides mega-Freunde auch von mir. Sie haben eine neue Firma gegründet und das ist eine Streaming-App und da kommt demnächst noch mehr auf euch zu. Ich werde euch da noch einiges zu erklären und das geht genau gegen diese Sache an, dass nämlich gerade Metal-Bands gerade im Streaming zu dem großen Mainstream einfach kein Geld mehr verdienen können. Streaming wird ja allgemein schon leider sehr schlecht bezahlt, aber Peter und Alex haben halt eine geile Möglichkeit geschaffen, dass zumindest die kleineren Bands, gerade wenn sie aus dem Metal- und Rock-Bereich kommen, dass sie einfach mal wieder ein bisschen mehr Geld verdienen können und auch die Bands letztendlich an den Abonnenten, die dann die App abonnieren einen gewissen Share haben, also einen gewissen Anteil von diesen Abonnentengeldern. Das heißt, alles fließt eigentlich so gut, wie es irgendwie machbar ist, an den Künstler und das ist halt das Nonplusultra, was geht. Und ich finde, da muss die Reise einfach zukünftig hingehen, allgemein. Und es kann nicht sein, dass alle irgendwie nur noch versuchen, sich die Taschen voll zu machen und die Künstler bleiben alle auf der Strecke. Das kann so nicht sein. Und wir haben ja halt was als Musiker für Musiker geschaffen. Und das ist der Punkt. Und ein Abonnent hat dadurch keine Nachteile. Also tut er nur was Gutes für seine Lieblingsbands. So sieht's aus. Aber wie gesagt, dazu mehr. Demnächst, wenn es dann spruchreifer ist und jetzt kommen wir erst nochmal zu dieser Thematik Lars Ulrich. Lars Ulrich mag vielleicht nicht immer eine Top Performance bei jedem Konzert ablegen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Leute, Butter bei Fische, was ist denn hier los? Wisst ihr, wie viele Konzerte ich gespielt habe mit Blind Guardian, wo ich abends von der Bühne gegangen bin und gedacht habe, Alter, was hast du da für einen Schrott gespielt heute? Und plötzlich kommen die ersten Fans auf dem Weg zum Bus und sagen, Tom, Tom, Autogramm, das war die geilste Performance, die ich von dir je gesehen habe. Und ich habe nur gedacht, Ironie lässt grüßen. Also, teilweise war es so. Und teilweise habe ich selber gedacht, boah, Junge, hast du heute geil reingeballert und hat das gegruft. Und dann hat man irgendwie Live-Mitschnitte gemacht und hat sich die nachher angehört und hat gedacht, um Gottes Willen, das war ja eine der schlechtesten Shows auf der ganzen Tour. Und ich habe gedacht, ich hätte eine Top-Performance abgelegt. Das Hirn spielt einem das Streiche teilweise, das ist so. Und warum sollte ein Lars Ulrich, nur weil er Multimillionär ist, dieses Problem nicht haben? Es ändert sich nichts daran, er ist ein Mensch, er ist kein Roboter. Und das ist der Punkt. Und das wollte ich wirklich noch mal verdeutlichen und euch bitten, hört bitte mit diesem Dissen, mit diesem Niedermachen von Menschen auf, nur weil sie vielleicht irgendeinen Schritt unternommen haben, der euch persönlich nicht gefallen hat. Deswegen ist er kein schlechter Mensch und schon gar kein schlechter Drama. Ich bin, wie gesagt, auch oft von der Bühne gegangen. Die meisten Leute sagen ja immer, der Toben ist so nett. da sagen die Leute dann nichts Böses, wenn ich Mist spiele an so einem Abend. Aber beim Lars Ullrich ist das dann plötzlich schlimm, nur weil er einen Nebster verklagt hat. Und alle so einen Hals, weil er hat ja Nebster verklagt, er ist ja gegen uns. Nein, er ist eigentlich nicht gegen uns, eigentlich tut er was für uns alle, für uns Bands und auch für die Zuschauer und die Zuhörer, weil er nämlich Kultur schützt durch diese Maßnahme. Das war das, was er damals versucht hat, damit mit zu schaffen. Kultur zu schützen, eine gewisse Ideologie zu schützen, die Musiker und Fans haben sollten. Aber es hat leider durchs Internet nicht mehr funktioniert. Es wurde immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und heute stehen wir alle vor dem Scherbenhaufen und müssen gucken, wie wir damit klarkommen. Und dann fragt man sich, warum wird denn eine Tour nach der anderen abgesagt? Jetzt kommt mir nicht mit Corona. Corona hat einen großen Teil dazu beigetragen. Da brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber das Kind war vorher schon in den Brunnen gefallen. Vor Corona. Corona hat es nur noch schlimmer gemacht. Und das ist halt meine persönliche Meinung dazu. Und ich finde, wir sollten da einfach irgendwie mal versuchen, so ein bisschen logischer wieder zu denken. Was passiert denn? Was ist denn die Schlussfolgerung von meinem Wunsch hier? Ich will eigentlich nichts mehr dafür bezahlen. Entschuldigt bitte für alle, die immer noch Vinyl, CDs und was weiß ich kaufen. Es gibt ja immer noch einige davon, die das tun. Das sind halt diese Die-Hard-Fans, die sagen, ich kaufe weiter, sonst mache ich meine Band kaputt. Aber der Großteil, ich kann mich doch selber nicht davon ausschließen. Ich streame doch auch. Das ist ja gar nicht das Thema. Aber ich würde auch noch ein geiles Album kaufen, wenn es cool ist. Und ich denke, entweder muss da was ganz Neues noch zusätzlich passieren oder ich weiß nicht, wo die Reise ansonsten weiter hingeht. Streaming muss man halt einfach besser etablieren, so wie wir das jetzt gerade versuchen, sodass die Bands da einfach wieder besser daran verdienen. Und ansonsten muss wahrscheinlich noch irgendwas anderes kommen. Ich sage jetzt mal, wie es halt die DVD gab und plötzlich dann Blu-Ray kam und haben auch alle geschrieben, Blu-Ray geile Qualität. Vielleicht musste einfach sowas in der Art mal wieder passieren im Musikbereich. Ein komplett neues Medium irgendwie, was die Leute auch wieder anturnt, so ja, wirklich physikalisch einen Tonträger zu kaufen. Oder halt digital einen anderen Weg noch finden, der aber einfach mehr Geld in die Kassen der Benz spült. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Naja, wir werden sehen, wo es hingeht. Seid mir nicht böse, fühlt euch nicht angegriffen, wenn ich sowas sage. Ich sage hier einfach so, ich lasse hier einfach meinen Worten freien Lauf, so wie sie mir gerade aus dem Kopf tanzen und möchte euch einfach so ein bisschen teilhaben lassen an meiner Denkweise und ob ich das, was ich jetzt gerade spreche in zwei Wochen noch exakt genauso sehe, kann ich auch nie sagen. Momentan sehe ich das so, wie ich das gerade hier darstelle und da kann ich direkt nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Also wollen ja hier den Podcast so ein bisschen füllen, soll ja nicht zu kurz werden und soll auch nicht zu lang werden. Seid mir nicht böse, ich werde jetzt hier nicht irgendwie anfangen wirklich extrem irgendwie in so eine politische Richtung zu gehen, aber da muss ich halt auch nochmal was zu sagen. Das ist nämlich genau das Problem mit Lars Ullrich. Die Leute sagen was Negatives dürfen sie. Natürlich. Ich möchte nur einfach, dass ihr mal darüber nachdenkt, warum ihr das tut und ob er das verdient hat. Ich denke nicht. ich trommel euch jetzt mal zwei, drei Sachen von ihm an. Und dann kann ich euch ganz klar sagen, wenn ihr das gehört habt, könnt ihr mir eigentlich nicht erzählen, wenn ihr Metallica kennt, dass ihr nicht sofort wisst, welcher Song das ist. Bei allen drei Songs werdet ihr sofort wissen, welcher Song das ist. was ist. Das Das Untertitelung. BR 2018 Und das muss man erstmal leisten. Mit einem Rhythmusinstrument, mit einem Schlagzeug, mit Schlägen etwas erschaffen, eine Rhythmik, die immer wieder diesen Wiedererkennungswert hat. Dass du sofort weißt, ach, das ist ja das. Na klar, Lars Ulrich, Metallica, der und der und der Song. Mega. Natürlich gibt es auch noch andere Bands, die das können. Aber sowas finde ich einfach allgemein immer gut. Ich denke mal Born in the Morning Hall ist auch so eine Rhythmik, die ich da erschaffen habe, wo die Leute sagen, wie geil dieser Anfang. Das sind auch so Rhythmiken, die bleiben einfach sitzen von der Rhythmik. Obwohl das eigentlich gar nichts Besonderes ist. Aber das Zusammenspiel dann mit den Gitarren und allem, das ist einfach, ja, ist geil. Man erkennt es wieder. Und da bin ich natürlich auch ein bisschen stolz drauf. Ich weiß aber gar nicht mehr, ich glaube sogar, der André hat damals sogar so eine Grundrhythmik gebracht, die schon in so eine Richtung ging. Ich habe die, glaube ich, dann nur noch ein bisschen ausgearbeitet. Als er den Song geschrieben hat, hat er damals gesagt, ja, dann stelle ich mir grob so eine Rhythmik darunter vor. Und ich fand das mega. Alter, was geht hier ab? Und ja, und dann habe ich das so ein bisschen weiterentwickelt und dann ist das halt daraus entstanden. Und sowas finde ich immer cool. Und das hat Lars Ulrich wirklich massenhaft. Wirklich massenhaft gemacht. Ich meine, alleine auf dem schwarzen Album, was da für Dinger drauf sind. Oder auf der Ride the Lightning sind Schlagzeugdinger drauf. Rhythmen, wo du sofort sagst, das ist es. Und ich weiß noch, wir haben ja mit Black Guardian die Imaginations beim Flemming aufgenommen, beim Flemming Erasmus in Dänemark, der ja nun mal seinerzeit Metallica en masse produziert hat. Und ja, und dann haben wir ja noch die Nightfall in Middle Earth mit Black Guardian, haben wir ja auch noch zu einem großen Teil dort aufgenommen. Wir hatten ja in unserem neuen Studio damals schon angefangen. Gewisse Sachen aufzunehmen, ich weiß gar nicht mehr, Rhythmusgitarren, glaube ich. Und die ganzen Liedgitarren hat André, glaube ich, dann damals noch beim Flemming aufgenommen. Und die Gesänge wurden, glaube ich, auch alle beim Flemming aufgenommen. Und alles andere, was noch war irgendwie, ich sage jetzt mal, Orchester. Orchester dann auch. Die Chöre wurden, glaube ich, damals dann im Karo-Studio wieder aufgenommen, glaube ich. Ja, wo ich auch die Drums eingespielt habe bei der Nightfall, genau. Also vom Kalle damals, das alte Studio in Brackel bei Hamburg. Und jetzt lasst mich kurz überlegen. Ja, genau. Und dann wurde das gemischt beim Flemming auch. Und ich weiß noch, wenn wir mit ihm zusammensaßen beim Essen, hat er natürlich immer die ganzen Anekdoten erzählt, was so gelaufen ist früher, mit Richie Blackmore, mit Lars Ulrich, der ein sehr guter Freund von ihm ist. Und in den Anfangsjahren, wie die beiden sich halt unterhalten haben, dass der Lars mal so eine etwas eigenere Stilistik entwickeln müsste. Ja, und dann hat Flemming ihm wohl irgendwie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich will jetzt hier nicht lügen, hat er ihm, glaube ich, so ein paar Sachen so vorgesungen. Er hat gesagt, du könntest doch dann sowas. Und das hat Lars sich zu Herzen genommen und hat genau das dann so entwickelt. Und das fand ich sowas von genial, wie er das erzählt hat. Und habe nur gedacht, ja, mega, wie sich sowas zum Mega-Erfolg auch entwickeln kann. Und das hat er geschafft. Und deswegen finde ich einfach, er hat es nicht verdient. Und deswegen bitte einfach, also nur, also deswegen bitte einfach nur, meine Bitte an euch, hört auf mit diesem Niedermachen. Er hat es einfach nicht verdient. Und wenn er einen schlechten Tag hat, ja, oder auch mehrere schlechte Tage, die touren teilweise drei bis vier Jahre am Stück. Ja, mit dem schwarzen Album sind sie fast vier Jahre unterwegs gewesen. Und man kann nicht jeden Abend top drauf sein. Ja, wie gesagt, ich konnte das auch nicht. Und ich kenne die Problematiken. Dann läuft die Double Bass nicht. Und natürlich, es sind dann immer die Fußmaschinen. Die Fußmaschinen sind scheiße eingestellt. So ein typisches Ding. Ja, und es sind halt diese ganzen Psychomacken, die Drama auch mitbringen. Und das haben nicht nur Drama, das haben auch andere Musiker. Ja, ja, Gitarristen haben da ihre anderen Macken, aber genauso bescheuert teilweise. Und ja, hört einfach damit auf. Es ist so ein bisschen diese Diskussionskultur, die wir momentan, weil ich soeben sagte, lass uns nicht über Politik großartig reden. Aber das ist das, was ich momentan in Deutschland auch sehe. Wir haben halt eine Diskussionskultur in Deutschland mittlerweile. Nicht nur in Deutschland, ja, also teilweise auch in anderen Ländern, wo du mittlerweile ja nichts mehr sagen darfst gegen die regierende Partei oder die Ampelkoalition, die wir jetzt in Deutschland haben. Du bist sofort ein Verschwörungstheoretiker, ein Rechtsextremist, ja. Du bist ein Schwobler. Ja, du bist alles. Hauptsache, sie können dich niedermachen, weil du ja gegen das Mainstream-System sprichst. Und das ist genau das, was mich momentan extrem stört. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Und jetzt lasst uns diesen Podcast einfach mal beenden. Ich hoffe, auch wenn ich jetzt sehr kritisch war heute, dass es euch gefallen hat, dass ihr mehr haben wollt. Eine regelmäßige Show wird es jetzt nicht geben, ja. Also ich muss halt auch immer schauen, wie ich Zeit habe, weil ich mache das, wie gesagt, rein aus Spaß hier für euch. Ja, und habe halt auch für mich selbst Spaß daran, ja, das zu machen. Aber die Zeit muss halt da sein, ne. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt alle gesund. Bleibt alle sauber. Und bleibt brav. Und lasst euch nicht unterkriegen. Es kommen auch mit Sicherheit wieder bessere Zeiten für uns alle. Und ja, wir schauen einfach mal bis zum nächsten Podcast. Und dann vielleicht mal eine Sache übers Schlagzeug. Wir werden sehen. Aber ich werde übrigens auch, um das noch zu Ende zu bringen, ein paar Freunde, die mir ja auch ganz oft Fragen stellen, wie war denn das früher mit Blind Guardian bei dir? Und was habt ihr da, wenn ihr auf Tour wart? Bla, bla, bla. Ja, irgendwas haben die immer zu fragen. Und zwei meiner Freunde habe ich jetzt schon angehauen. Ne, drei schon. Ich habe gesagt, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, einfach am Podcast teilnehmen. Dann machen wir einfach so Tomen and Guests. Tomen Drumcast plus Guest. Ja, und ihr stellt mir einfach mal eure Fragen. Ja, die ihr so oder so immer an mich stellt. Und ich beantworte sie euch. Und wir setzen uns zusammen vor die Kamera. Und wir lassen einfach meine Freunde, meine Fans daran teilhaben. Sie werden bestimmt Spaß daran haben. Und ja, deswegen, ich hoffe, es gefällt euch. Warten wir mal, wann ich die nächste Zeit finde, die nächste Episode zu drehen. und dann hören und sehen wir uns. Meine lieben Freunde, haut rein. Ihr seid super. Danke nochmal. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017